hallo ist martin von meinem anke ist dass die dachsanalyse für nun dienstag den 20.12.2022 und unser dax er sucht hier so ein bisschen sein weg er hat sein ziel ein bisschen aus den augen verloren also eigentlich nicht ganz aber steht hier etwas unkoordiniert zur seite und koordiniert passt eigentlich auch nicht der mann hat das gemacht was wir was wir sehen wollten wir hatten gesagt dass er bestimmt also ich hatte gesagt dass ich weitere tiefs erwarte und dass er bestimmt vorher noch mal hier oben einfach so ein schlenker macht so 13 79 14.000 1450 so in dem dreh dass das vollkommen legitim wäre dass er hätte sogar an die 14 100 gedurft um dort sich wieder runter zu stoßen hat er auch extra gesagt dass ich anders als am am freitag am montag tatsächlich nicht ganz so prozüglich auf die langen seite anspringen würde wie wir das auch am freitag gesagt haben da hat man so sinngemäß gesagt wenn er anzieht dann zieht er richtig durch für den montag hat man gesagt wenn er früh bloß da oben rein sticht dreht er sich bestimmt wieder runter und genau das hat er getan er ist halt bloß nicht richtig viel weit unten raus gekommen also aber eine klares eintreten ist zu erkennen ziel ist abgearbeitet und von daher würde er wenn er jetzt beispielsweise auch per abwärtsgeblenden dienstag reinkommt durchaus das zeug haben hier wieder ein bisschen unten mal was machen zu können machen zu können würde bedeuten in die 13 800 reihen 13 700 reihen 13 700 ist weiterhin hier die alten hochs von oben das wäre mir immer noch sehr wichtig das mal anzustoßen aber eben auch hier offene gap bei 5 85 13 5 13 1585 das wäre eine schöne anlaufstation wenn er weiter fällt sollte zum dienstag aber eher nach oben treiben und da würde ich schon sagen ja deutliches überbieten von 13 159 50 würde mir dafür schon reichen würde ich erwarten dass er dann doch noch ein bogen nach oben steckt und der kann wirklich bis 14 100 entgehen weil das erste ziel erst rücklauf ziel das hat er ganz da abgabend wenn ihm das jetzt nicht für neues tief reicht dann würde sich die nächste station krallen müssen und die liegt dann einen tacken höher und von daher erst mal mein augen noch abwärts gerichtet ein ganz anderes bild als man sonst aus den jahren kennt um weihnachten oder anfang dezember rum das ist wirklich wackelig auf den beinen das ist keine erkennbare jahres entrede das keine erkennbare weihnachts rallye wenn wir gucken wo hat der dezember angefangen dann ist das hier da hat er angefangen und bisher die bewegung gemacht also das natürlich auch war jetzt zunehmend abnehmender volatilität also bei immer immer weniger werden der volatilität jetzt zum jahresende hin auch nicht ganz realistisch dass er da jetzt beispielsweise noch mal ein neues hoch drüber setzt weil er natürlich pro tag jetzt weniger punkte anstrecke zurücklegen wird die großen sachen sind jetzt einfach durch fett ist durch ecb ist durch verfall ist durch es ist einfach nichts mehr außer jahres schluss dann am ende noch mal feiertage ist immer noch mal ganz interessant aber der wird schon ein bisschen ruhiger laufen jetzt die nächsten tage da wird er nicht drum herum kommen von daher wäre das eigentlich würde wohl schwach rausgehen also da ist braucht man auch nicht mehr auf jeden hoffen glaube ich daher klickert sich bestimmt jetzt hier noch so ein bisschen nach unten runter darf er auch soll er auch kann er auch ist ja auch in unserer erwartung trainer noch vielleicht mal hier rein oder so das würde ganz gut passen und ansonsten wäre aus der ebene als rücklauf hier 14.200 noch ganz interessant aber ich würde hier tatsächlich wenn er über 13 59 am dienstag notiert er mit sowas um 14 100 das mache ich dann ja dann erstmal wieder zurück und dann so gucken vielleicht kommt dann noch mal ein bogen über 14 200 aber einfach so wäre kleines abwärtsgib und dann erstmal neues tief reindrücken und dann kann er schon wieder so sein schieben ja von daher machen wir hier zu wünsche euch viel erfolg am dienstag gutes gelingen denkt auch dran an seminar ich habe allen die mir geschrieben hatten geantwortet also es müsste zumindest jeder mindestens einmal die informationen bekommen haben die details im seminar wer da keine antwort von mir bekommen hat auf die erste anfrage der muss unbedingt mal bitte dann ein spam post fach gucken weil ich die plätze für diejenigen den ich geantwortet habe ab dem zeitpunkt wo ich schreibe auch nur für eine woche frei halte das heißt wer dann nach der woche nicht geantwortet hat kann im zweifel pech haben und dann später keinen platz mehr kriegen ja nur das reine anfragen werde ich nicht als reservierungs bestätigung das kann ich nicht machen sonst komme ich ja völlig durcheinander ja also da guckt einfach mal wer da geschrieben hat und keine antwort bekommen hat dann sollte die 7 spam sein wer eine antwort von mir mindestens eine bekommen hat und jetzt noch auf eine zweite oder dritte oder vierte antwort wartet bisschen geduld das mag versuche ich immer in einem schwung dann abzuarbeiten aber die erste antwort geht eigentlich immer relativ kurz vor sich dann auch aus gut von daher ich mache hierzu wünsche euch gutes gelingen am dienstag viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis zum nächsten Mal